Hey Leute und Willkommen zu einem ganz kleinen Infovideo. Ich wollte euch heute nur noch mal sagen, dass ich es wieder nicht geschafft habe ein Video zu produzieren bzw ich habe das Video aber ich schneide es und dann sage ich halt, dass es gerendert werden soll und es bleibt einfach manchmal bei 30% stehen und so komme ich halt immer in Verzögerung und deswegen habe ich es nicht mehr geschafft, das heute zu rennen, wir wegen Schule auch noch, die hat ja wieder bei uns angefangen und ja, das weil ich würde euch nie so ohne Video lassen irgendwie, das ist sonst immer so ein bisschen komisch finde ich und deswegen sitze ich jetzt hier gerade schön auf der Bank in meiner wunderschönen Welt und ja, das ist übrigens mein Texture Pack für alle, die es jetzt wissen wollen, ich mache das fertig, das dauert noch ungefähr eine Woche und dann mache ich ein Video dazu und der Download-Link ist in der Beschreibung dann. Ja, genau, deswegen, das wollte ich euch noch einmal kurz sagen und damit das Ganze schnell hochklären werden kann, höre ich jetzt auch auf, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, was soll ich gefallen haben, das ist so meine Standard-Abmoderation, okay, wenn ihr das Tech-Check bekommen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, haut da rein und ciao!